Jetzt auf den Berg. Ich gehe schön treppenlaufen, ja ich komm mit. Ich brauch dein Popo halten, dass der nicht runterfällt. Sehr gut, ganz alleine. Jetzt müssen wir schnüffeln. Da waren heute viele Leute, gell? Jetzt müssen wir den Berg hoch. Ich könnte erstmal wieseln. Genau, du musst Blumen gießen. So, jetzt weht es mal nicht so. Komm, was suchst du? Na komm. Jetzt gehen wir zum Abendessen. Komm. Die haben nur noch zwei Leckerli drin, die brauchen wir für die Treppe. So, der Turm sitzt halbseitig voller Vögel. Wie sie da sitzen, gell? Wenn sie da hinkören würden. Das ist eigentlich, ja, die Westseite. Das ist wahrscheinlich jetzt die wärmste Seite. Echt interessant, wie die sich da gruppieren. Wie sie da sitzen. Das ist wahrscheinlich, dass du es nicht mehr so gut ist. Sonst kommt mal alles. Wie sie sind. Im inexpensiveen Teil. Arbeit haben wir den Arm. So, hey. Ich bin schnell. Wie sie sind. Ich bin fast, wie sie sind. Ich bin nicht mehr so gut. Demonsten schauen. Ich bin nicht mehr so gut.